Baaah, die Stimme ist kratzig und belegt und bricht immer wieder ab und man merkt, ja, die macht nicht so ganz das, was sie eigentlich machen sollte. Warum? Weil ich erkältet bin. Oder weil du erkältet bist. Die kalte Jahreszeit ist gekommen und auch mich hat die Erkältung jetzt erwischt und deshalb dachte ich mir, ich spreche doch mal einen Podcast zum Thema Stimmtipps für die kalte Jahreszeit. Also was du tun kannst für deine Stimme, wenn du erkältet bist und merkst, die Stimme ist belegt, die Stimme, die kippt ab, die Stimme kratzt. Du bist beim Podcast das Wie beim Sprechen und ich bin Sabrina Adams. Als allererstes möchte ich dir sagen, warum das so ist. Also warum die Stimme so klingt, wenn du erkältet bist. Die Stimme besteht aus, also die beiden Stimmbänder bestehen aus Muskulatur und Schleimhaut. Also um die Muskulatur drumherum ist Schleimhaut gewickelt. Und genauso wie deine Nasenschleimhaut oder deine Mundschleimhaut gereizt ist oder eben leicht entzündet ist, wenn du erkältet bist, genauso kann das eben auch mit deiner Stimme der Fall sein. Das heißt, wenn du eine Erkältung hast, dann sind die Stimmbänder oftmals ein bisschen gerötet und ein bisschen angedickt, also ein bisschen dicker als sonst. Und dadurch, dass die Stimmbänder dicker sind und so ein bisschen entzündet oder gerötet, ist die Schwingung anders. Also die Stimmlippenschwingung, die ist anders und dadurch ist der Ton, der rauskommt, verändert. Und das ist dann dieses vielleicht etwas Kratzige oder dieses vielleicht auch etwas Belegte, weil die Stimmbänder einfach nicht mehr so schwingen können und sich auch nicht mehr so gut schließen können, wie das der Fall ist, wenn sie gesund sind. Es kann auch sein, wenn du jetzt einen starken Schnupfen hast, dass du dich insgesamt anders anhörst, weil dein Resonanzraum verkleinert ist. Also das heißt, wir haben ja einen Resonanzraum, das ist unser Nasenraum, unser Mundraum und der Hals. Und du kannst dir vorstellen, das ist wie wenn du in ein Musikinstrument, also in eine Gitarre ein bisschen Taschentücher oder sowas reinstopfst. Also der Resonanzraum ist kleiner und auch das verändert den Klang der Stimme. Was kannst du jetzt also tun, wenn deine Stimme belegt ist, kratzig ist oder vielleicht schon so ein bisschen heiser wird? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist grundsätzlich, dass du immer wieder dir Flüssigkeit zuführst, also dass du immer wieder trinkst. Und das Beste ist tatsächlich stilles Wasser oder Tee. Denn wenn du Kohlensäure hast, dann reizt diese Kohlensäure oder kann diese Kohlensäure die Schleimhaut reizen. Jetzt kommt die Flüssigkeit zum Glück nicht an den Stimmbändern vorbei, denn die Stimmbänder liegen ja auf der Luftröhre. Wenn das der Fall wäre, dann würde ja Wasser in die Luftröhre gehen. Das ist der Fall, wenn man sich verschluckt. Also manchmal geht ja was daneben und dann hustet man zum Glück, damit die Lunge und die Luftröhre geschützt werden. Aber die ganzen Schleimhäute hängen miteinander zusammen. Also genauso wie die Schultern mit den Beinen und der Kopf mit dem Rücken und alles zusammenhängt, ist es auch mit den Schleimhäuten. Und wenn jetzt die Mundschleimhaut wahnsinnig austrocknet, dann wird sich das eben auch auf die Schleimhaut der Stimme auswirken. Vielleicht wird es auch so sein, dass du dann vielleicht mehr räusperst und auch das hat ja wieder einen negativen Effekt auf die Stimmbänder. Das heißt, wenn du immer wieder einen Schluck trinkst, dann befeuchtest du eben die ganzen Schleimhäute drumrum. Also die Mundschleimhäute, die Halsschleimhäute und all das drumrum. Tee. Wenn du im Anfangsstadium bist einer Erkältung, also sprich, wenn du Halsschmerzen hast, dann würde ich noch keine Rücksicht auf die Stimme nehmen und Kamillentee trinken, weil Kamille entzündungshemmend ist. Und das hören auch ganz viele. Also viele sagen, ah, meine Stimme, die kratzt. Ich trinke ganz viel Kamillentee. Ich habe mir extra eine Riesenkanne Kamillentee gemacht und die trinke ich über den Tag verteilt. Aber komischerweise wird die Stimme eher schlechter und ich muss mich noch mehr räuspern. Kamille ist, wie gesagt, entzündungshemmend. Also wenn du gerade eine Halsentzündung hast, dann kann diese Halsentzündung etwas reduziert werden, gelindert werden. Allerdings ist Kamille auch austrocknend. Und Schleimhäute mögen es ja nicht, wenn es trocken ist und unsere Stimme schon mal gar nicht. Das heißt, wenn du aus dem Stadion heraus bist, das heißt, du hast keine Halsschmerzen mehr, sondern du bist vielleicht beim Schnupfen oder Husten angekommen, dann würde ich den Kamillentee weglassen und zu anderem Tee übergehen. Der beste Tee ist Salbei-Tee für die Stimme. Es kann sein, dass du vielleicht sagst, boah, nee, Salbei-Tee, das mag ich überhaupt nicht. Dann kannst du dir auch irgendeinen Kräutertee nehmen. Da solltest du allerdings darauf achten, dass nicht zu viel Pfefferminz oder irgendeine andere Minze drin ist, weil das auch wieder austrocknen kann. Mit dem Früchtetee ist es genauso. Früchte können Säure enthalten und auch das würde ich jetzt nicht viel trinken. Das ist nicht dramatisch, wenn du einen Früchtetee trinkst. Es geht ja darum, was tut deiner Stimme tatsächlich gut? Also was kannst du für deine Stimme tun? Und da wäre das Allerbeste eben Salbei-Tee. Jetzt waren wir beim Trinken, ne? Genau, stilles Wasser und Salbei-Tee. Womit du tatsächlich direkt an die Stimmbänder kommst, und das empfehle ich, wenn du hustest oder wenn die Stimme schon stark angeschlagen ist. Das ist das Inhalieren. Und das Beste für die Stimme ist tatsächlich, mit Meersalz zu inhalieren oder mit irgendeinem anderen Salz. Also Meersalz ist besser, aber ich nehme auch gerne mal einfach Speisesalz, weil ich kein Meersalz zu Hause habe. Also ein bisschen Salz ins Wasser, Wasser abkochen und inhalieren. Und das kommt tatsächlich direkt an der Stimme vorbei, an den Stimmbändern. Denn das ist der Wasserdampf, den du einatmest, und der geht ja in die Lunge rein und passiert wirklich die Stimmbänder. Genau, das wollte ich noch sagen. Ich wollte noch sagen, warum es so ist, dass wenn du hustest oder viel hustest, wie das bei mir jetzt auch der Fall ist, warum das deutliche Auswirkungen auf die Stimme hat. Wenn du hustest, dann knallen die Stimmbänder einmal gegeneinander. Denn der Husten möchte ja den Schleim aus den Bronchien hochtransportieren und hochschleudern. Und dafür knallen, wie gesagt, die Stimmbänder gegeneinander und katapultieren diesen Schleim eben hoch. Das ist wunderbar für den Husten eben, aber das ist ziemlich blöd für die Stimme. Denn die werden jedes Mal, das ist wirklich wie wenn du, keine Ahnung, die jedes Mal in den Arm boxen würdest. Also Husten kann man nicht wirklich verhindern, soll man ja auch nicht verhindern, das hat ja eine Funktion. Allerdings brauchst du dich nicht wundern, wenn während deines Hustens oder auch danach die Stimme angeschlagen ist. Das ist völlig, völlig, völlig normal. Und dann kannst du eben die Dinge tun, die der Stimme gut tun, wie jetzt inhalieren oder Flüssigkeit zu dir nehmen, Salbei-Tee. Ich nenne jetzt gleich noch ein paar mehr Dinge, damit du einfach da so ein bisschen entgegenwirken kannst. Was auch gut ist, sind Lutschtabletten. Also dass du auch da wieder die Schleimhaut befeuchtest. Das geht eben nicht an die Stimme direkt. Das ist wie mit dem Getränk, also mit dem Wasser oder mit dem Tee. Du befeuchtest die Schleimhäute drumherum, du regst den Speichelfluss an und auch das befeuchtet einfach deinen ganzen Mundbereich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das ist, wenn man im Podcast einen bestimmten Produktnamen benennt. Deshalb lasse ich das jetzt mal hier weg. Es gibt eine bestimmte, was heißt eine bestimmte Marke? Es gibt bestimmte Lutschtabletten, die Logopäden sehr gerne empfehlen, weil sie gut für die Stimme sind. Allerdings, wie gesagt, bin ich mir jetzt unschlüssig, wie das hier im Podcast mit der Werbung ist. Deshalb halte ich mich jetzt mal allgemein. Also das sind so gummiartige Lutschtabletten. Und was auf jeden Fall immer gut ist, sind auch Lutschtabletten mit Salbei. Du solltest auch hier wieder darauf achten, dass du keine Lutschtabletten mit Menthol nimmst. Und Menthol, wir denken immer so, Menthol super, das macht einen frischen Atem, das ist wunderbar für meinen Hals. Ja, es macht so einen frischen Atem und dieses frische Gefühl eben im Mund, aber es trocknet eben auch die Schleimhäute aus. Ah, und jetzt fällt mir noch was ein. Auch Lutschtabletten, jetzt wollte ich wieder den Namen sagen, mit Meersalz drin zum Beispiel, die eignen sich auch. Guck ein bisschen, was dir da schmeckt, was du magst und versuch eben, Menthol wegzulassen. Jetzt lunse ich gerade auf meinen Zettel, ob ich noch was aufgeschrieben habe, was ich vergessen habe. Ja, genau, das fiel mir nämlich jetzt noch nachträglich ein. Frische Luft, frische Luft ist für unsere Stimme Gold wert. Und gerade in der kalten Jahreszeit halten wir uns lieber mal drinnen auf, weil es draußen eben furchtbar kalt ist, und machen die Heizung an. Und diese Heizungsluft ist eben auch wieder austrocknend. Also geh immer mal wieder, wenn du das kannst, an die frische Luft, weil du da der Stimme auch wieder mehr Feuchtigkeit gibst. Ich möchte jetzt noch drei Dinge benennen, die die Stimme überhaupt nicht mag, damit du weißt, was du in dieser Zeit am besten vermeiden solltest oder lassen solltest, weil es die Stimme zusätzlich belastet. Und es geht wirklich darum, dass du in dieser Zeit der Stimme möglichst ganz viel Gutes tust, damit sie sich ganz schnell wieder regenerieren kann und du wieder die Stimme zurück hast, die du eben haben möchtest. Das Erste ist Schreien. Also einfach wahnsinnig lautes Reden ist super anstrengend für die Stimme. Und das komplette Gegenteil, das Flüstern. Vielleicht denkst du, ja, ich flüstere, damit schone ich die Stimme. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Wenn du flüsterst, dann entsteht bei dir ein sogenanntes Flüstertreieck. Also sprich, deine Stimmbänder schließen nicht mehr komplett von oben bis unten, sondern sie schließen nur noch, ja, so drei Viertel. Und an einer Stelle bleiben sie geöffnet. Und dann ist diese Öffnung wie so ein Dreieck. Und deshalb sagt man Flüstertreieck. Und das mag die Stimme überhaupt nicht. Die mag immer einen vollständigen, gleichmäßigen Stimmlippenschluss. So, da war ein Huster, den habe ich jetzt allerdings rausgeschnitten. Also Flüstertreieck mag die Stimme nicht. Rede ganz normal oder rede ein bisschen leiser, das musst du allerdings gar nicht. Also rede ganz normal. Wichtig ist eben, dass du weder wahnsinnig laut redest mit einer Anstrengung, noch eben, dass du flüsterst. Und räuspere dich so selten wie möglich. Und ich weiß, dass das so schwer ist, wenn man erkältet ist, weil man ja die ganze Zeit das Gefühl hat, ich will das aber wegtransportieren, was da ist. Und da liegt immer was auf meiner Stimme und da ist immer was in meinem Hals. Und man gerade, wenn man erkältet ist, dieses Bedürfnis hat, ständig sich zu räuspern. Ja, wenn es gar nicht mehr geht und wenn es ganz dramatisch ist, dann kannst du, ja wobei, ja dann kannst du auch mal räuspern, das kannst du sowieso. Dann empfehle ich dir trotzdem lieber einmal vorsichtig oder leicht zu husten. Das ist immer noch besser als das Räuspern. Also achte vor allem in dieser Zeit darauf, dass du dich nicht räusperst. Weil das ist auch eben immer wieder so ein Knall der Stimmbänder gegeneinander. Also immer wieder ein Reiz. Und nicht nur, dass du die Stimme nochmal zusätzlich belastest, es führt ja auch dazu, dass wieder ein neuer Schleim gebildet wird, weil die Schleimhaut sich eben schützen möchte. Und dann kommst du vielleicht von dieser Erkältung raus und kommst aber in diesen Teufelskreis Räuspern rein. Also dass du gar nicht mehr erkältet bist, aber dass sich dein Körper, dass du in diesem Räuspern drin bist und dass dadurch sich immer wieder jetzt Schleim bildet. Also vermeide übermäßig lautes, anstrengendes Sprechen, Flüstern und Räuspern in dieser Zeit. Und wenn deine Stimme dann wieder so ist wie vorher, also wenn du wieder gesund bist und die Stimme auch wieder all das kann, was sie vorher konnte, dann kannst du sowieso wieder ganz normal alles machen, wie du es bislang auch gemacht hast. Es geht nur darum, was gibt es für Tipps für deine Stimme für die kalte Jahreszeit, wenn dich die Erkältung erwischt hat. Und wenn du eben so eine Stimme hast wie ich oder vielleicht eine noch angekrotztere und heisere. Wenn du auch einen Stimmtipp kennst, den ich jetzt noch nicht genannt habe, wo du sagst, das hat mir immer geholfen oder das hilft mir immer, das habe ich mal gehört oder das wende ich immer an und das ist prima, dann schreib mir gerne. Also schreib mir eine Mail oder schreib mir in die Kommentare. Ich freue mich da sehr. Und ansonsten drücke ich dir die Daumen, dass du fit und gesund bleibst und diesen Winter genießen kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und stimmt, jetzt hätte ich das Ende fast vergessen. Wenn du eine Frage hast oder eben einen anderen Stimmtipp für die kalte Jahreszeit, dann schreib mir eine Mail an podcast.sabrina-adams.de Also schreib mir eine Mail. Vielen Dank.